Hallo ihr Lieben, ihr habt immer in die Kommentare geschrieben, wir wollen Gummy vs. Real Fruit sehen. Wir wollen einfach so Sachen und da haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr alles hören und haben es Lust gemacht. Hallo ihr Lieben, wir wollten wirklich endlich mal für euch die Gummy vs. Real Fruit Challenge drehen. Wir haben jetzt hier schon das erste Essen drunter, weil die Ava ja die jüngere Spielerin hier ist und das ganze Pferd zugehen soll, darf sie immer entscheiden, ob sie den Teller einmal austauschen will, gegen meinen oder ihren behalten möchte und dann schauen wir mal, was wir hier für leckere und nicht so leckere Sachen versteckt haben. Ich möchte meins behalten. Du möchtest deins behalten. Willkommen bei unserem Kanal Geschichten und Spielzeug. Dann eins, zwei, drei. Hier ist das erste. Du hattest... Ich habe hier Joghurt-Gummibärchen und du hast Joghurt. Okay, hier ist ein Lassel. Bitte schön. Ich liebe immer so Joghurt, da kann man immer dann so Sachen reinsprinken. Lecker. Du hast einen Point, Mama. Ich habe noch nicht einen Point. Und? Auch gut? Magst du hier auch mal eins probieren? Ja. So, als Vergleich. Was ist besser? Besser. Das echte. Okay. Probieren wir alles. So war das aber nicht gedacht. Jetzt ist die zweite Runde. Na, dann bin ich mal gespannt. Willst du Teller tauschen oder deinen behalten? Meinen behalten. Deinen behalten. Und eins, zwei, drei. Saure Gummibärchen-Pommes und kalte Pommes. Hey, nein. Die sind lecker. Lecker. Du glaubst immer meine Gummibärchen. Okay. So, dann das nächste. Und hier haben wir jetzt die dritte Runde. Möchtest du tauschen oder behalten? Behalten. Behalten? Okay. Eins, zwei, drei. Nein. Ich habe bisher immer das Gummi gehabt. Wie kommt das denn? Kann ich wieder auch mal gucken? Nee, jetzt musst du wenigstens einmal beißen. Ava hasst Cheeseburger. Burger doch wenigstens einmal reinbeißen. Komm. So an... Nee, 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 nee. Nicht nur von dem Brot. Warte, jetzt nehme ich vom Brot. Wenigstens mal hier so beißen. Ein bisschen. Nein, weiß ich nicht. Nur ein ganz kleines bisschen. Also wenigstens ein kleines Stückchen müsste passieren. Okay. Und? Nee. Aber weil du nicht richtig doll gebissen hast, gibt es hiervon jetzt nichts. Und die nächste Runde. Tauschen. Du willst wirklich tauschen? Nein, ich möchte doch nicht tauschen. Oder willst du doch tauschen? Nein. Sicher? Sicher. Was willst du machen? Tauschen oder nicht tauschen? Nicht tauschen. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ich will tauschen. Okay, ich tausche. Oder willst du nicht tauschen? Ich möchte tauschen. Das ist wirklich... Oh nee, ehrlich. Du willst tauschen? Bist du sicher? Ja. Ich darf nicht einfach mal... Nee. Ich liebe Würstchen. Und ich habe hier so Schweinchen. Ich hatte versucht Schweineohren oder Schweineherzen zu kriegen, aber bei uns, wir leben mitten in in der Pampa, hatte das kein Metzger vorrätig. Da dachte ich Würstchen. Ich hätte auch lieber das Würstchen gehabt, weil die Dinger sind tierisch eklig. Und die sind so süß. Lecker! Ja? Hattest du etwa Hunger? Ich merke es. Und was wirst du diesmal machen? Deins behalten. Deins behalten? Ja, nein. Okay. Du lebst gefährlich. Eins, zwei, drei! Sauren Apfel, echten Apfel. Lecker! Mmh, lecker! Lecker. Mmh? Lecker. Ja, der Apfel ist auch immer lecker. Mmh. Mmh. Okay. Also die Ava weiß nie, was da drunter ist, falls ihr euch wundert. Ich hole die dann immer bei. Und für dich ist es eine Überraschung. Ja. Und für dich? Ja, für mich ist es auch eine Überraschung. Mmh. Ich habe die nämlich alle vorbereitet und jetzt müssen wir nur noch loslegen. Eins, zwei. Ach, willst du tauschen oder behalten? Behalten, behalten. Okay. Eins, zwei, drei! Hi! Nein, nein, ich esse nicht, ich esse nicht, ich esse nicht, ich esse nicht, ich esse nicht mal. Doch, das sind Kirschen. Mmh. Wenigstens mal reinbeißen. Das ist jetzt eine Lektion für Ava. Ah. Das war ein Kirschen. Ava isst nicht so gerne Obst. Also sie isst gerne Bananen, Äpfel und Trauben, ne? Und was noch an Obst? Das war es eigentlich. Karotten. Karotten ist kein Obst, das ist Gemüse. Oh. Hm. So, jetzt muss ich nur mal gucken, weil Kirschen machen tierische Flecken, bevor wir hier noch Kirschflecken haben. Mmh. Mmh. Okay, hier. Und eins, zwei, drei! Drei! Oh! Juhu! Geht so? Lecker. Mmh. Mmh, 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 mmh. Lecker. Okay. Saure Gurke. Boah, das riechen will ich nicht. Hast du das gerochen da drunter? Ich riechte es schon gar nicht mehr. Also, willst du tauschen oder deins behalten? Tauschen. Sicher? Sicher. Ganz sicher? Ganz sicher, sehr sicher, dass wir tauschen jetzt nicht. Aber was, wenn du dir jetzt was Ekliges ertauscht hast? Ach, Mama, ich bin noch mühlich, ich bin noch mühlich. Ich glaube, ich habe es im Griff, aber... Du meinst, du hast im Griff, okay. Okay, also dann eins, zwei, drei! Ah, bei mir ist nichts drunter, weil da nämlich das hier hingehört, Heringe. Und die Elba hat... Hier unten die Tüte. Geht. Ist denn das echt schon? Salzige Heringe. Nee, das sind Gummibärchen. Das ist Lakritze. Das hast du aber schnell ausgespuckt. Wo ist Wasser? Okay, du kriegst Wasser, aber ich muss das auch noch essen. Was meinst du ist schlimmer? Hier, trink mal einen Schluck. Ich habe jetzt noch nicht mal ein Glas gehabt. Also, und ich muss jetzt hier Heringfilet in Paprikasauce essen. Boah, sowas hasse ich ja. Bäh! Oh! Oh, wie geht das, Mama? Das, weil das Igitt ist. Das stinkt schon. Oh, Mama. Hast du da Klappe? Nee. Oh, das stinkt. Ja, ich habe Wasser. Hm. Und dann trink ich nicht mehr das Wasser. Ich kippe. Boah, ist das eklig. Da ich wieder das aufmachen. Mach es so schnell. Das kann man nicht wieder zumachen. Oh. Ich muss das rausbringen. Okay, ich bringe das raus, dann geht es weiter. Deins oder meins? Meins oder deins? Das da? Okay, dann tauschen wir mal. Und eins, zwei, drei! Yeah! Hm, leckere Orange. Hier ist sie. Und wie schmecken die? Lecker. Ja? Gut, dass ich sie getauscht habe. Mhm. Nichts zu schmerzen. Und? Mhm. Mhm. Ich esse auch gerne Orange. Super! Yay! Lecker. Finde ich mal bei meinem Puppe. Mhm. Aber ich probiere nicht deins. Sorry. Das ist nicht so lecker. Doch. Mhm. Doch, echt lecker. Sicher? Ist doch schlecht. Nee, das ist gar nicht lecker. Ist echt lecker, Mama. Mhm. Echt lecker. Es schmeckt nach was das. Es schmeckt schrecklich. Also. Besonders, wenn man gerade echt Orange gegessen hat. Nächstes? Ja. Das kommt gerade da. Oh, ich will immer noch den Geruch vermissen. Tauschen. Tauschen? Okay. Und... Ey, du warst zu schnell. Nein! 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 Doch! Doch, nein! Du hast entschieden. Ey, 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 wie, hallo. Loslassen. So. Du hast entschieden. Du hast gepokert und hast verloren. Oh, ich glaube die... Oh, lecker. Ja. Du musst es schon essen. Soll ich dir sagen, Mama? Soll ich dir sagen, dass ich nicht mehr so bin? Einmal habe ich sowas gegessen in unserem Garten. Mhm. Und? Lecker. Ja? Peut. Darf ich mal dein Problem? Probier doch mal, nein. Mhm. Mhm, die sind okay. Boah. Das ist dick. Echt? Muss es nicht essen. Und? Mein Schatz? Behalten. Nein, nein. Tauschen, tauschen. Oder behalten. Ich möchte tauschen, Mama. Oder behalten. Tauschen. Behalten. Tauschen. Tauschen. Ganz sicher. Das letzte Mal bist du da mega auf die Nase gegangen. Gefallen. Ich würde es behalten. Eins, zwei, drei. Hm, da hat es aber Glück. Ein Pilz. Eine Getafel. Trampillon. Runtergefallen. Und? Was möchtest du machen? Behalten. Behalten? Sicher? Sicher. Ich würde tauschen. Du bist mit tauschen immer gut gefahren. Ähm, Mama, bitte. Ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff. Du hast im Griff. Ja, ich hab's im Griff. Wirklich. Sicher? Sicher. Ganz sicher? Ganz sicher. Und dann eins, zwei, zwei, oder doch tauschen. Nein, Mama. Eins, zwei, drei. Boah, Ava hat Vampire und ich habe Teufli mit Frischkäse. Das ist zwar nicht genau das gleiche, aber beides ist ein bisschen teuflisch, dachte ich. Und dann passt das. Halt mal deine Fledermäuse hoch. Ja, so nicht nur wackeln, auch einfach hochhalten, dass die Zuschauer das sehen können. Cool, oder? Okay, und jetzt hier. Boah, das läuft hier runter wie Blut. Es ist scharf. Mama, du riechst die Gäste. Okay, die Ava ist nur noch mit einem Arm im Bild vertreten. Und wie sind deine? Die schmecken eigentlich alle etwa gleich, oder? Ich hab diesen Geschmack immer noch im Mund. Boah. Okay, also, hier wir tauschen. Tschung, tschung, tschung. Und was machst du? Ich glaube, ich will meins behalten. Du willst deins behalten? Meinst du, du hast damit wieder Glück? So wie die ganze Zeit? Nein, ich will doch da. Nee, das erste zählt deins behalten. Eins, zwei, drei. Ich hab vier, so Schätzchen. Das wird jetzt eklig auf den Geschmack, den ich noch im Mund hab. Bisschen mehr abbeißen. Das ist nicht gut. Meinst du? Na ja, Gott, ein bisschen. Ist raus. Und was willst du machen? Behalten. Behalten? Mhm. Schon wieder behalten? Ja, ich will wirklich behalten. Ich liebe behalten. Du liebst behalten. Okay, dann eins, zwei, drei. Bei mir ist wieder nichts drunter, weil nämlich, tada. Wow, lecker. Cola gegen Gummicola. Muss ich hier einen Schluck draus trinken. Oh, Hasscola. Ja, ich bin nicht so der große Cola-Fan. Mhm. Bah, okay. Und du hast deinen ganzen Gummiflaschen den Kopf abgerissen. Hahaha. Ich esse Plastik. Oh je. Blub, 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 blub. Ich habe gerade gesehen, wir hatten ja noch zwei Teller vorbereitet. Also. Du willst tauschen? Ja, tauschen. Okay. Okay, eins, zwei, drei. Lecker. Ich glaube, du riechst das. Ich habe eine coole Nase. Das ist das Letzte. Und was machst du? Fährst du mit deiner Behalten-Strategie oder willst du tauschen? Tauschen? Okay. Eins, zwei, drei. Darf ich auch mal erstmal bei Gippo? Nee, ich habe hier so ein Bananending. Oh, runtergefallen. Du isst aber doch gerne Banane. Dass ich dich erstmal fertig kauen und dann sagen wir Tschüss. Du hast gar nicht probiert, die Eva hat es mir weggegessen. Ich musste noch einen Ersatz holen. Ich habe gesagt, wenn du es nicht gegessen hast, wenn du es nicht nimmst, nehm ich es. Ha! Hätte ich jetzt total vergessen. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer Challenge Real Food vs. Gummi Food. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Sehr viel. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonniert unseren Kanal und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss! Schaut doch auf Instagram vorbei. Der Link ist unten und da oder da. In der Erde. In der Erde. Und da ist noch ein Link. Und da und da und da. Überall. Tschüss!